Chihuahuas. Heute dreht sich alles um den Chihuahua. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Chihuahua vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Chihuahua ist die kleinste Hunderasse der Welt und stammt aus Mexiko. Trotz ihrer geringen Größe sind sie temperamentvoll, mutig und voller Energie. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über die faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Chihuahuas. Der Chihuahua hat seinen Ursprung in Mexiko und ist bereits seit präkolumbischen Zeiten bekannt. Es wird angenommen, dass die Vorfahren der heutigen Chihuahuas als heilige Tiere bei den Tolteken und später bei den Azteken verehrt wurden. Wesenszüge und Charaktereigenschaften. Chihuahuas sind für ihren lebhaften und mutigen Charakter bekannt. Sie sind intelligent, aufmerksam und sehr loyal gegenüber ihren Besitzern. Trotz ihrer geringen Größe haben sie eine starke Persönlichkeit und zeigen oft eine überraschende Furchtlosigkeit. Passt der Chihuahua zu mir? Der Chihuahua eignet sich für Menschen, die nach einem kleinen, aber dennoch aktiven und temperamentvollen Hund suchen. Sie sind ausgezeichnete Begleithunde und passen gut in Stadtwohnungen oder kleine Wohnräume. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass sie aufgrund ihrer Größe leicht verletzbar sind und vorsichtig im Umgang mit größeren Hunden oder Kindern sein sollte. Wie halte ich einen Chihuahua? Erziehung und Entwicklung des Welpen. Chihuahuas sind intelligent und lernfähig, aber sie können auch eigensinnig und stur sein. Daher ist eine konsequente und liebevolle Erziehung wichtig. Eine gute Sozialisierung ist entscheidend, um einen ausgeglichenen Chihuahua zu erziehen, der sich gut mit anderen Hunden und Menschen versteht. Zum Thema Hundeerziehung und Welpen habe ich dir unter dem Video noch ein paar Tipps und Empfehlungen verlinkt. Bevor es weitergeht, falls dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch den Kanal und du verpasst keine weiteren spannenden Hundevideos mehr. So, machen wir weiter. Wie viel Beschäftigung braucht der Chihuahua? Trotz ihrer geringen Größe benötigen Chihuahuas als tägliche körperliche und geistige Auslastung. Sie genießen Spaziergänge, Spiele und Hundesportarten wie Agility oder Obedience. Gesundheit und Pflege Chihuahuas haben in der Regel wenig Pflegebedarf. Es gibt zwei Fellvarianten – kurzhaarig und langhaarig. Bei beiden Varianten reicht regelmäßiges Bürsten aus, um das Fell gesund und sauber zu halten. Achten Sie darauf, die Ohren und Zähne regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen. Chihuahuas können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Patellaluxation, Zahnprobleme und Herzprobleme. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Chihuahuas sind nicht nur wegen ihrer Größe bemerkenswert, sondern auch für ihre lange Lebenserwartung. Sie können bei guter Gesundheit und Pflege bis zu 15 Jahre oder älter werden, was sie zu einer der langlebigsten Hunderassen macht. Die Rasse hat auch in der Popkultur einige Bekanntheit erlangt, zum Beispiel durch den berühmten Chihuahua Bruiser aus dem Film Natürlich Blond oder als das Maskottchen der Taco Bell Werbekampagnen in den 90er Jahren. Chihuahuas sind sehr anhänglich und bauen eine starke Bindung zu ihren Besitzern auf. Sie sind oft sehr beschützerisch und können Fremden gegenüber misstrauisch sein, was sie zu guten Wachhunden macht, trotz ihrer geringen Größe. Obwohl Chihuahuas klein sind, sollten sie wie alle anderen Hunderassen mit Respekt und Sorgfalt behandelt werden. Es ist wichtig, ihnen genügend Bewegung, Sozialisierung und geistige Anregung zu bieten, um sicherzustellen, dass sie ein glückliches und gesundes Leben führen können. Das waren die wichtigsten Punkte zum Chihuahua. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hundefantastisch.